und herzlichen 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 vorgemacht kreis 3 hallo oh mein gott das bin ich so ja die lecks sind irgendwie auch immer noch hier in der ecke ist aber immer wieder auf dem server ja doch jetzt geht es aber irgendwie wieder wisst ihr woran das gerade bei mir lag ich hatte firefox noch offen und ich habe da so viele plugins drin und anscheinend hat er gerade über einen gigabyte von meinem ram gezogen ja und wenn man dann nicht die ram auslaschen unter zehn prozent wenn du währenddessen rennen das ist was ich jetzt mal teste ach so viel kapitel geht nur für stämme ja wohl kommen hier die weiteren baumstämme hin oder sowas soll es doch weiter werden ja du weißt schon dass hier immer ein fünfer abstand sollen du kannst einfach unten ein abschlagen dann geht alles runter wollen wir schnell mal eine schaufel die hier mal raus ist warte wofür warte ich hab doch noch das 1 2 3 4 5 bis hier hinten soll ungefähr ausgehen okay und unser eingang soll in der zweiten etage kommen das ist sehr blöd gewesen so 1 2 3 4 5 aber ich mache ich glaube ich habe noch mal starten gar nicht so ist ja nein okay bis gleich ach wie drückt nochmal zappen wie findest du das soll ich das mit den Farben mal anders machen vielleicht aber niemand in der einstellung 1 2 3 4 5 5 6 prima darby hat den server verlassen da sollst du dich mal in facebook umbenennen was nervt wenn der darby heißt dann mit nachher fast weil ich hab mir extra auch eine fanpage gemacht b wo der hack ja wir wissen alle dass du Hacker bist an der du hast ja nicht da wie warst du dass ich dabei warst du da bist du das ein witz natürlich mit sachen bin ich da hinten muss noch ein stamm in ganz hinten ich habe ein bisschen ausgehört und diesmal mache ich tägliche backups eine folge wegen copyright gesperrt werdet wird sie selber singt auf modus das problem hatte ich mit irgendeinem lieb schon mal dass mir wirklich gesperrt worden ist weil ich gesungen ab Prozent 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 muss das ja gar nicht hin noch hätten so oder mein Mensch noch holz und dann helfe ich immer mit er hat er am besten das Ding aber weiter ausfüllen schaufeln brauche ich die gleich und du könntest gleich am besten schon mal den boden mit mir machen auch gleich was sondern dann hin komm mal her hier mach erst mal hier im berg weiter weg bis nach dahin ja genau kannst den boden einem besten doch noch mal ein tiefer machen ecken sie wollen wir überhaupt agar spielen ja würde ich nachher machen facebook auf facebook also die ganz normale machst du bitte einmal den boden hier ein tiefer könnte ich schon mal hier den ersten boden rein ja und schickt mir bitte ja ich nehme einen namen raus findet wenn ihr mich auf facebook schickt mir keine anfrage ich habe extra eine fanpage gemacht und da könnt ihr anfragen schicken ja aber nicht auf die hauptseite es gibt halt auch noch private sachen haa du sollst auch gehen ähm ja es muss ja nicht jeder meiner fenster was ich mir anguck bornos bornos ne die guckst du doch doch was dann schaufel ich am Arsch warte dann mal warte mal kurz frame einbrüche ich mach mal wieder neue bevor die neue so ich hab das halbe inventar voll reicht das ich hab auch mal gemacht hier achso steiner werfe ich dir noch keinen platz mehr hier nimmst keinen platz mehr ich freue mich vor mit schaufeln und spitzhack und action ich hab da ich hab da noch ein stack holz haben wir jetzt genug ja was meinst du warum ich dich noch holz bau auf um 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 ja kann ich auch wieder mitmachen und ich bin erklärt zu tun und jahre mit dem sommer auf er hat ich bin ich bin ich bin entschuldig ich bin wir wohnen in borken hessen hess 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 was sind seitdem hess ein eine frage hess h nimmst du gerade auf? Ja. Schade. Eindeutig Jopa. Schreib das mal bitte in Skype. Was? Die Seite, dann kann ich mir das angucken und das sieht ja keiner. Wo ich jetzt auf bin? Ja, ich gucke rein. Ah. Das war richtig schlimm. Ja, der hatte doch kein Mensch. Der benutzt ja bis jetzt nach dem Crack-Launcher. Den ich darf ja nicht. Und auf den Server kommen halt nun mal nur Leute mit Premium. Ey, wenn Sie, wo sprechen wir das nach der Folge macht? Die. Was denn? Was ich gerade geschrieben habe. Was soll ich denn da machen? Das ist was, was die nicht sehen sollen. Skin? Nein. Was ich über www.halte. Ja, aber was soll ich denn damit machen? Das musst du mit deinen Eltern machen. Nein. Ich meine jetzt www.hahaha. Schreib mal in Skype. Ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Du hast es sogar falsch geschrieben. Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Das sollte man in deinem Alter wissen. Nein, ich bin elf. Ja, na und? Ich wusste das in dem Alter auch schon. Ja, ja. Ich glaube, meine Zuschauer haben jetzt so Kopfkino wahrscheinlich. Es gibt bestreiche Seiten. Du hast das, was du gesagt hast, der voll gemacht hat. Du meinst, ähm, sowas. Warte. Warte. Ach, und ich zitiere. Nur aus einem von Facebook. Das hat einer auf Facebook geschrieben. Guck mal, welcher Seite ich geschrieben habe, Nico. Und jetzt sag ich, fick dich. Fick dich. Oh, man, scheiße. Oh, man, fick dich. Das ist das, was du mit R zu tun hast. Ich würde ein Goll auf mich überwechseln. Scheiß. Ich sehe hier rum. Ja, weil er was doch auf mich geschoben hat. Ja. Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt, wie Gomme einen Arsch nennt. Oh, Alter. Alter, meine arme Folge. Was kann die denn dafür? Ja, wie heißt die Folge? Gomme nimmt mich einen Arsch. Oh, was kann denn meine Folge dafür? Alter, muss das eklig sein. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der ist so ein genannter. Leo, mein Name. Ja, ich wollte eigentlich sagen, hat richtig einen Scheiß an Gomme geschrieben. Von wegen, geht auf den Link, den ich da geschrieben habe und tut das, was er von wegen, wer will, Punkt, 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 also dieses Punkt, 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 alle drauf. Also das hier. Ich schreibe es euch mal. Kannst ein paar Worte zensieren. Ist Ali noch da? Nein, der hat PC-Neustart. Smash, ähm. Ach, Mann. Wird er so geschrieben? Vor allem die Website, die Gommender mir geschickt hat. Ja! Und vor allem, die gab es ja noch. Ja. Abbenennst du dich nachher bitte um? Kann nicht. Angie, ich brauche deine Hilfe. Wobei. Muss auch gucken, ob ich das überhaupt geht, weil ich habe mich mal letztens schon benannt, der an den Namen. Ich weiß nicht, ob das genau im Monat her ist, aber ich glaube schon. Das sind 30 Tage. Ja, ich würde bestimmt schon mehr im Monat her. So, wo geht es eigentlich Kisten? Bis gerade noch keine. Ich baue mir, glaube ich, eine eigene, weil ich verliehe hier 30 Items hinter mir, pro Sekunde. Ja, warte, ich mach mal eben eine. Ich mach mal eben eine. Warte, ich hab noch Holz. Ich hab noch Holz. Ich hab noch Holz. Ich hab hier. Hier. Oh, Hilfe bei der Anmeldung. Dann mach ich dann nachher mit die Gattel. Hier kommen erstmal nur Schaufeln rein, okay? In die erste. Schaufeln. Hier hab ich ne Schaufel, hier hab ich ne Schaufel. Nebendran kommt Spitzhacken rein, da hab ich auch ein paar. Ich bin in der Folge. Ich hatte hier letztens eine Runde Bad Wars, gell, weil ich voll behindert war. Ich, tu meine, ich hatte aus Versehen ganz viele Spitzhacken gemacht, gut in die Küche, gell? Dann geh ich hoch, renn zum Gegner-Team, bemerk, scheiße, den Pfeil hab ich auch in die Küche getan. Und dann war direkt so ein Tipp vor mir, den hätte ich runter schießen können, aber hatte natürlich kein Pfeil. Hat er mich runtergehauen. Dazu sag ich jetzt mal nicht, haha. Und auf Gomma hat einmal die Spinnweben nicht funktioniert. Da hätt ich's noch geschafft, ein Gegner-Team ein Bett abzubauen. Ach, hab ich dir schon gesagt, dass dieser Leo Baden gekriegt hat? Äh, ja, hast du gesagt. Finde ich auch gut, vor allem die anderen Sachen, die er auch noch bekommen hat. Du meinst, auf zwei Accounts Baden, ähm, trotz dass er sich zwei Tage vorher Präbium lebenslang geholt hat, auf zwei Accounts, also zweimal, äh, 100 Euro. Ja, wie viele Sauber waren es noch? Da war ja, Gomma hat er... Über 5.000 Euro. What the... Alter, Junge. Der ist richtig krank. Mein Kumpel wollte ich mir meinen Schiff vorhören. Ich hab das mal so ein Kumpel verzählt, so da ist so ein Typ, also ich hab natürlich kein Name gesagt, ich hab auch gesagt, ein Typ wurde gebannt, weil jemand beleidigt hat, das muss ich mir gar nicht glauben. Aber ich hab natürlich keinen Namen genannt. Sehr vorbildlich. Einer hat er einen Punkt? Doch, du Lex. Ja, sehr. Und ich will mir schon wieder Schaufeln machen. Ich hab mir vora... Vora irgendwie 20 Ex-Stücke gemacht, die ich nicht brauch. Warum? Du brauchst, wenn du... Leider, bei dem Trick-Capulator, ähm, geht von deiner Axt nur einer ab. Ist mir aufgefallen. Ja, ich weiß. Und ich hab voraus eben ganz viele Ex-Stücke gemacht. Die sind jetzt ein Inventar, aber ich hab von Stück. Ja, aber ich werd wahrscheinlich hier ein kleines Mod-Pack draufziehen, wo dann der richtige Tree-Capulator-Mod drauf ist. Gehen wir zum Plugin zusammen? Ähm... Man in Forge kann man keine Plugins reinziehen, scheiße. Aber gibt's auch einen speziellen Plugins-Mod? Ja, dann such mir den gleich mal raus. Dann mach ich uns gleich mal das Mod-Pack. Also da kommen dann aber nur Tree-Capulator rein. Und sowas. Vielleicht warte ich nicht abbauen. Oh, nein. Ich hoffe, ich schnell. Hat ne Axt, pass auf. Ich weiß, du weißt, ne Eisen-Axt ist da? Das ist ne Eisen-Axt. Ich bin hier oben. Pass auf. Komm, ich will da oben weiter abbauen. Ja, aber dann mach du das. Ich guck mal, wie lang die Folge noch geht. Fünf Minuten. Und weißt du, was heißt es? Ich hab ja erst eine Thumbnail-Vorlage gemacht, die ich bis jetzt noch nicht benutzt hab. Ja. Das hab ich schon wieder ne neue machen. Soll ich sie denn machen? Ne, die mach ich. Ich kann's aber richtig gut. Bin gleich wieder da. Ich hab jetzt endlich das mit dem Alpha-Umrandung besser drauf. Also Alpha-Kanal-Umrandung, Abkürzung Alpha-Umrandung. Du kannst mir ja mal ne Vorlage machen. Ich nutz die aber vielleicht nicht. Oh. Ich muss mir überlegen, was ich das together aus kann man alles drauf machen. Ich hab noch so ein Pfand, ne. Gut, ähm, weißt du, was ich... Hab der Katze gesehen. Ähm, weißt du, was ich uns jetzt erst mal mach? Das darf ich aber auch cheaten, hoffentlich. Cheaten. Du siehst es, glaub ich, schon, oder? War das Dispenser oder das Spender? Spender, Spender. Für? Ähm, Sachen nach oben werfen. Und dann in ne Kiste. Äh, das war, glaub ich, der... Dispenser. Äh, Spender, ja. Dispenser. Kannst du aber ein Lorn-System verwenden, die bei meinem Briefkasten wieder... Ich will das ja ganz kompakt, das sind ja neun mal drei Fels. Ich starte mal in meinem Browser, weil ich... Ja, Lorn kannst du auf einem zwei breiten Ding nach oben... Oh, scheiße, da ist die Firefox natürlich im falschen Moment. Man konnte mit nem bestimmten Technik auch mit Wasser schon so Dinger hochleiten. Ja, ich will... Ich will das aber richtig kompakt machen. Ja, Lorn werden jetzt bloß hier den, den und den, Blaugast, vier Stück. Ja, und plus Ofensystem, aber... Ich will ja nicht zu viel schicken, ich gu... Also, da würde ich sagen, machen wir es in der nächsten Folge, bis zum nächsten Mal und ciao. Sagt Nico auch noch mal. Ciao. Ciao.